So, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play GTA. Och nein, das müssen wir jetzt nicht schon wieder machen, ne? Das ist ein Witz. Ach, ne. Och, ne. Och, warum? Alter, nein. Da hab ich jetzt mal sowas von gar keinen Bock drauf. Wenn das mal wieder mit so ein paar tollen Fehlern im Spiel einhergeht, dann wird das sowieso wieder eine Einserfolge. Ja. So kann man auch bremsen. Oh, da hab ich aber jetzt echt keinen Bock drauf. Das ist ja kacke. Ich glaub, ich kann auch keine andere Mission machen. Diesmal knall ich hier nicht ab, dann krieg ich auch keine Fahndungslevel. Ja, ich skipp das aber jetzt hier, ne? Das kennt ihr alle schon, also. Upsala. Mach dich da weg. Sonst legst du dich hier mit einem ganz ungemütlichen Typen an. Ich weiß gar nicht, wie der die ganzen Waffen tragen kann. Fällt mir mal grad so auf. 25 Handgranaten, die ich eben noch im Waffenladen gekauft hab. Die 8 Sprengkapseln für die Panzerfaust. Oh ja, hat schon, schon Stil. Nein, 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 warum? Warum? Jedes Mal. Ist doch nicht aufgefallen, ne? Bei den 100 Verkehrsteilnehmern an der Straße. Was, keine Kohle? Gar nichts. Toll, super, 1A, echt. Oh, jetzt sind wir im anderen Arsch der Welt. Ich skipp das. So, da sind wir. Dust off. Staub oder Rauch aus. Da sind wir. Ich trage sie hier? Was ist das? Ein öffentliches Geschäfts? Leaset zu einem Mann, der in den letzten Tagen von Vietnam? Tele mich aber, mein Nummer nie existierte. Nein, ich bin nicht zu viel worried. Ich meine, ich denke, du werden auf einer Flucht, aber das ist dein Geschäfts. Dann warum? Weil du gut bist. Weil ich dich immer noch zu bleiben. Und du bist so gestrickt. Oh, okay. Ja, ich brauche jemanden neutral. Der Mann ist ein viel Geld für Terrorismus. Alles klar, es geht nicht wirklich. Der Mann muss gehen. Aber ich muss wissen, dass er seine Bewegung ist. Wie? Ich habe etwas, was zu helfen. Gehen Sie nach Albany Avenue in Lansing. Gib mir eine Anruhe. Gehen Sie! Kann ich bezahlen? Kann ich eine Medaille? Du hast eine Medaille in dein letzte Krieg? Was hast du Michelle? Für mich? Michelle? Karen? Wir gaben ihr ihr Leben. Wir haben nicht zu viel. Wir gaben ihr ihr Geld. Sie arbeitet immer für uns. Was für mich? Wir werden darüber diskutieren. Ja, das ist interessant. Gut. Hol dir ein Fahrzeug und begib dich zum Bla... Civilization Plaza. Das machen wir doch glatt. Besorg dir ein Fahrzeug. Jetzt hätte ich nichts besseres zu tun. Hallo. Und tschüss. Ja, oh mein fucking Gott. Ähm... Seit wann interessieren mich einmal an Straßen? Was ist denn ein Fragezeichen? Na, das kann ja was werden. Was? What the... Ist das jetzt da oben drauf, oder? Ach hier. Gibt's gar keine oben drauf. Oh nein. Ich mag Verfolgung nicht. Können das nicht die Autocomputer übernehmen? Ja, genau das hasse ich da dran. Weil man so nicht fahren kann. Und ich sowieso nicht. Oh nein. Nein. Pieg nicht rechts ab. Mann. Ah, das... Das ist irgendwie sinnlos gerade. Warum sollte ich den jetzt verfolgen? Unnötig. Nein! Oh shit. Das war nicht klug, ne? Ich hab so das böse Gefühl, dass das gar nicht klug war. Oh nein. Verdammt. Ich verliere den. Nein, der ist genau hier rausgekommen. Ah, ich bin gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Ja, ich weiß nicht, was ich hier grad kommentieren soll, außer ich verfolge einen Hubschrauber. Mit einer Karre, die gleich anfängt zu brennen. So kann man doch nicht fahren, ey. Also ich kann so nicht fahren. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Leckt das krank ein bisschen? Oder kommt mir das nur so vor? Uuuuh. Uuuuh. Das war knapp. Okay, dann warten wir mal hier ganz unauffällig mit einer total zerschrotelten Karre und ab dafür. Du hast ja hier 심ten. Oh war das nicht hier? Die müssen wir aber mal weg weg halten. Uh, war das nicht hier? Vherge. Ich hab die Sperger. Ja, wir müssen den Firm des Spiel. Ja. 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 Ja, ja. Okay, das ist so einfach so blut. Ok. 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 mehr aufliegen. Leider nur noch 5 Minuten Zeit, aber gut. Was hat der denn für Probleme? Boah, shit. Ihr wisst ja, wie gut ich Hubschrauber fliegen kann. Aber das mit dem Landen ist so eine Sache. Ich bin ein Jokel und zwar, ich denke, du hast wirklich in von dem, ich komme jetzt. Ich weiß nicht, ob du es hörst, aber ich bin im Helikopter. Ja, das ist eine verrückte die ich habe zu kommen, nachdem du mich zu Michelin oder Charon oder was auch ihr wirklich ist. Ich weiß nicht, die Regierung sind oder eine andere Kumpel, was ist das? Shit, ich weiß nicht. All ich weiß, ist, dass die Freunde haben mich bei den Ballen. Ich habe mich bei den Ballen, auch, Gasser. Na super. Wo ist aber dein Absetzpunkt? Ich ziehe von hier nicht. What the? Wow. Turbulenzen. Da soll irgendwo ein Absetzpunkt sein. Ja. Neben den Frachtschiffen. Nummer 4. Nummer 4. Jereteh es können. Nein. Oh. Boah, ich hab's voll nicht drauf, ey. Jetzt aber. Boah, ja. Ja. F.I.B war ja klar. Oh, na. Oh, fuck. Scheiße. Das war ja eine Handgranate. Oh, nein. Es musste unbedingt eine Handgranate sein. Na, jetzt ruf diesen Paper einen hier an. Kurzer Schnitt. Das war ja auch. Das war ja sagt. Das war ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017